Komm ja noch, Gerl! raycraft und xtake hansi cheating hat ja auch einen youtube channel natürlich ich glaube zweiter link in der beschreibung sollte das sein erster link zum google formular für das gewinnspiel zweiter link führt direkt zu ihm er steht kurz bevor den 600 abonnenten wäre doch nice wenn wir ihm den wunsch erfüllen und noch eben kurz die 600 knacken helft mir gerne dabei ich würde mich freuen bei der coole aktion ich würde ihm gönnen macht nice videos ich finde es toll blablabla wir spielen bad wars platz 1 natürlich auch eine wunderbare map aus wunderschön getroffen es freut mich auf jeden fall ich habe jetzt kein bock gehabt eine andere map zu schwitzen aber so was hier geht natürlich immer klar das ist normal so erst mal ein bisschen mehr in die mitte vielleicht noch ein bisschen no shift wenn es dann geht natürlich geht es nicht mit ansage ist natürlich auch klar ist immer dasselbe wenn ihr bock drauf habt dass ich öfters mal wieder einfach bett was bringe lasst gerne einen daumen nach oben da könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos abonnieren dann verpasst ihr kein scheiß video von mir mehr blablabla es geht los natürlich immer abonnieren und like und alles und kommen und was euch gefällt und was nicht und dass ich cool bin das macht ihr auch immer genau ich würde mal sagen ich hoffe dass hier keine bursbärmer schwitzer sind diese runde sieht aber zurzeit gerade eigentlich gut aus es ist tatsächlich meine erste runde heute von daher bin ich auch nicht allzu gut eingespielt aber ich denke das sollte schon gehen da haben wir das bett jetzt mit kopf oder doch nicht das ist nun normal sandstein eingebaut einfach zwei schichten kann man auch machen ich glaube ich gebe zu zurecht zurecht alter direkt mal zu meint natürlich zu grünen weil weiß ich wieso die sind da gerade so erwärmlich da unten und chillen genau da ist auch schon der erste das den mal kurz durchrennen dann soll er sein gold haben was los ist in der alle afk da warte es ist los alter easy mal richtig einfach jetzt sind schon alle weg dann bleibt auch nur noch die gelben die waren jetzt glaube ich da drüben das bett auch als einzigen wirklich eingebaut so erst mal kurz zu denen übergehen so den weg verkacken natürlich wie immer ist natürlich klar ich denke mal die runde wird verdammt mal schnell und easy ich habe es auch nice so macht es auch wieder spaß das ist doch toll ja fuck jetzt hat er mich ja da glaube ich mit spitzack oder so rauf gehauen da bin ich leider gestorben aber wir gehen natürlich direkt noch mal drauf ich denke mal so schwer werden jetzt auch nicht sein damals bett zugebot das hat das einzig gute was sie gemacht haben ansonsten es ist irgendwie so die jesus wrecked crew oder so ne sieht fast so aus alle fast den selben namen oder so ja wir gehen aufs bett hier der eine typ der chillt im bett drin ich glaube es ja nicht ja als ob der jetzt mit schwerter drin stellt man als ob der chillt aber mit seinem scheiß einer schwert drin das auf jeden fall nicht so nice das müssen wir natürlich unterbinden aber ich denke jetzt nicht dass wir zu gold greifen müssen ich denke dafür sind wir noch genug gut dran komm spring ach mein lieber so so easy get down nice ok das war ein bisschen zu weit so dann sind wir auch schon wieder gleich bei dem bett von denen ich baue mich hier kurz ein ganz einfach versuch das bett zu holen ich habe keine ahnung wo das ist ich will jetzt nicht blöcke unter mir abbauen und ich jetzt eh noch sterbe das wäre ein bisschen zu kritisch von daher machen wir das erstmal safe bay nice sind schon alle weg wahrscheinlich oder lebt noch irgendwo einer aber einer lebt noch die frage ist wo chillt hier drin noch einer oder was ich denke mal nicht aber die ruhen haben wir eigentlich auch gleich mal geschafft das ist doch toll ich denke mal nicht dass da hier drin ist oder das wäre schon ein bisschen erbärmlich ich denke jetzt eher so an Mitte oder sowas das ich hätte gedacht das so die der zu uns der zu uns und ist glaube ich da oder ja GG nice 5 Minuten Runde 3 kills 2 Betten ich hab sogar was Laura da hast halt die Fresse mal wo es hier Laura ja ich hab sogar in meiner First Runde heute noch was gereckt nice auf jeden Fall sorry wollte nicht abstorben kein Ding ich hoffe Leute euch hat's gefallen ihr habt den Buchstaben gefunden schaut gerne bei Anti Cheating vorbei abonniert ihn fleißig ich hoffe ihr habt den Buchstaben gefunden Google Formulas in der Beschreibung lasst ein Like da abonniert mich wir sehen uns gerne wieder morgen um 18 Uhr haut rein Leute und ciao und ciao Outro 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 Outro